Lass das glückliche Tier in Ruhe, lass den Bonobo im Wald. Küsse keine Fledermäuse, weil sonst sterben alle bald. Lecke bitte nicht an Füchsen, nasche nicht vom Nasenbär. Halte nicht zu viele Kühe, ey, das ist doch gar nicht schwer. Muscheln, die im Wasser wohnen, dringen Mama wie Brionen. Zecke in der Unterhose machen Papa Boreliose. Schweineschnitzel auf dem Diller, schlängelt sich die Drehchineller. Von Wildschweinhase oder Reh kriegst du Hepatite-Flex. Lass das Gürtel-Tier in Ruhe, lass den Bonobo im Wald. Küsse keine Fledermäuse, weil sonst sterben alle bald. Lecke bitte nicht an Füchsen, nasche nicht vom Nasenbär. Halte nicht zu viele Schweine, ey, das ist doch gar nicht schwer. In den aller, allermeisten Tieren sind Bakterien oder Viren. Und schnell ist es dann passiert, dass das Tier-Virus mutiert. Meidet Felsspitzen, Maus und Biber, dann springt die ganze Scheiße über. Mit Landwirtschaft und Sodomie, in die nächste Pandemie. Lass das Gürtel-Tier in Ruhe, lass den Bonobo im Wald. Küsse keine Fledermäuse, weil sonst sterben alle bald. Lecke bitte nicht an Füchsen, nasche nicht vom Nasenbär. Halte nicht zu viele Schweine, ey, das ist doch gar nicht schwer. Feuer und die Chorunia-Viren kommen zu Menschen von den Tieren. S-S-M-E und N-G, das ist das Zoonosen-A-B-C. Hanzha, Lassa oder Linsa, na euch hat wohl ein Nagetier gebissert. Rücksfall, Westnil oder Sieger, Gips von der Moskito-Pika. Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z. Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z. Du Jan, du Jan, warum hab ich denn so komische Fustchen auf meinem Arm? Und ich hab außer dir voll Kopfschmerzen. Z-Z-Z-Z-Z. Ja gut, z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z. Lass das Gürteltier in Ruhe, lass den Monopon im Wald. Küsse keine Fledermäuse, weil sonst werben alle bald. Lecke bitte nicht an Füchsen, nasche dich vom Nasenbär. Halte nicht zu viele Kühe, hey, das ist doch gar nicht schwer. Untertitelung des ZDF, 2020